Das Damenteam des SKN St. Pölten hat Historisches erreicht und als erstes österreichisches Team den Einzug in die UEFA Women's Champions League geschafft. Und dort warten durchaus attraktive Gegner mit dem zweifachen Gewinner aus Wolfsburg, aber auch AS Rom und Slavia Prag zählen zu den Kontrahenten. Und über dieses Thema und über diese Herausforderungen sprechen wir jetzt mit dem Präsidenten Wilfried Schmaus. Zunächst einmal danke für den Besuch. Gerne. Sprechen wir mal über das, was den Weg geebnet hat in diese Gruppenphase. Sie können sich vielleicht noch gut daran erinnern, Ende September dieser späte Ausgleichstreffer in der Verlängerung, 118. Minute. Beschreiben Sie nochmal die Emotionen, was ist da durchgegangen? Also ich habe mich innerlich gefreut, aber ich bin nicht der, der in einem Jubelsturm ausgebrochen ist. Okay, wie haben sich die Spielerinnen nach Matchende verhalten? Wie groß war der Jubel in der Kabine? Ist das schon ein bisschen gefeiert worden? Also da war er schon etwas größer und nach den Dopingkontrollen von zwei Spielerinnen ist dann etwas lustiger geworden. Man hat vor allem von Matthias Zwerz Qualität profitiert, die speziell in diesen beiden Spielen gegen das finnische Team bewiesen hat. Welche Klasse sie mitbringt, ganz salopp gefragt. Wäre ohne sie der Aufstieg auch möglich gewesen? Also ich denke, es werden immer elf Spielerinnen am Platz stehen, aber sage ich mal, sie ist sicherlich eine Ausnahmespielerin. Nehmen wir vielleicht mal das Kapitel auf, was am 20. Oktober mit dem ersten Spiel in Wolfsburg gestartet wird. Da nehme ich auch ein Zitat heran von Isabel Mayer, die gesagt hat, eine spannende Gruppe, in der wir durchaus Punkte holen können. Als Präsident, welche Punkteanzahl stellen Sie sich realistisch vor? Also schön wäre, wenn es ausreicht zum zweiten Platz, aber es ist halt leider auch Nullpunkte möglich. Aber realistisch werden wir sicherlich zwischen fünf und acht. Jetzt wissen wir auch ganz genau, dass andere Großkaliber hätten warten können, wo man größere Distanzen zurücklegen hätte müssen in Europa. Was finanziell dann vielleicht auch für eine Damenmannschaft nicht unbedingt das Beste ist. Wie man sich dann die Töpfe eins und zwei so angesehen hat, wo man schon gewusst hat, man kommt jetzt in Topf drei in eine dieser Gruppen dazu. Wäre man im Nachhinein gerne mit Bayern, Benfica und Barcelona in die Gruppe gekommen? Oder können Sie vor allem aufgrund der finanziellen Lage mit diesen drei Mannschaften auch gut leben? Also ich kann sehr gut mit der jetzigen Gruppe leben. Also ich habe vor der Auslösung schon gesagt, die möglichen drei Bs will ich keinen davon. Was trauen Sie Ihrer Mannschaft zu gegen Wolfsburg? Auftakt 20. Oktober. Wir wissen ganz genau, die sind zweimal als Siegerinnen vorgegangen. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, dreimal waren es zusätzlich noch im Finale, also eine richtige Hausnummer im Frauenfußball. Ist das vielleicht da auftaktlos, was St. Pölten entgegenkommen könnte, wenn man auswärts eigentlich eh nur überraschen kann? Oder setzt man sich realistisch auch das Ziel, mindestens am Punkt vielleicht auch mitzunehmen? Also das Ziel ist, nie verlieren zu wollen. Realistisch wird es sicherlich sehr, sehr schwierig. Aber wir kennen Wolfsburg auch schon. In den letzten fünf Jahren spielten wir, glaube ich, viermal gegen sie in der Vorbereitung. Haben noch nie gewonnen. Also die Realität schaut nicht so aus, dass man unbedingt als Sieger vom Platz geht. Anders gefragt, was muss man vielleicht tun, um in Wolfsburg bestehen zu können? Kann man durch Bunkern einen Punkt mitnehmen? Oder muss man vielleicht auch die offensiven Mittel einsetzen, um auch etwas entgegenzusetzen? Also da ist der sportlich versierteste Pindeckel, eine chinesische Mauer mit irgendeinem Turbo vorne. Also das kann man sich auch bilderisch ganz gut vorstellen. Die restlichen beiden Gegner scheinen zumindest in Reichweite zu sein. Aber auch da hat die Trainerin zumindest schon mal gesagt, dass AS Roma in der Pole Position ist, was Platz zwei betrifft. Qualitätsunterschiede wie groß? Was würden Sie sagen? Was haben Sie vielleicht schon über diese Mannschaft gehört? Also ich habe zufälligerweise das Spiel Sparta-Prag gegen AS Roma gesehen. Ich weiss da eigentlich, wenn Sparta ausscheidet, sind wir in den dritten Topf gerutscht. Also war es für uns ein nicht so uninteressantes Spiel. Und ich denke, AS Roma hat sicherlich mehr individuelle Einzelspielerinnen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich schon eine Mannschaft sind. Also denke ich 55, 45 oder 60, 40. Also knapp ob ihrer individuellen Qualität vor uns. Aber Fußballspiel ist nicht immer nur individuelle Qualität. Jetzt wissen wir auch ganz genau, dass die Anreise jetzt bei diesen drei Dome-Zielen relativ überschaubar ist. Auch die Kosten, die damit gedeckt werden können, wahrscheinlich im Bereich des Realistischen dann sind. Als wie wenn man jetzt, keine Ahnung, Sie haben ja im Vorfeld erzählt, wenn man nach Paris reist, dann kostet eine Übernachtung doch um einiges mehr. War da vielleicht auch der innere Jubel groß, dass man sich wirtschaftlich nicht allzu viele Gedanken machen muss, wie man dieses Projekt Champions League Gruppen quasi angeht? Also vom Sinn des rein wirtschaftlich gesehen, war das wahrscheinlich die Top-Gruppe. Also es gibt keinen Flug über eineinhalb Stunden. Prag ist, sage ich mal, netterweise mit dem Autobus zu erreichen. Wenn man das unterscheidet, das Coopio war mit 70.000 Euro Transportkosten und Prag wäre dann mit 5.000 Euro. Also es ist doch schon ein kleiner Unterschied. Gewaltige Unterschiede. Wir haben ein paar Zahlen auch rausgeschrieben. 400.000 Euro in etwa. Wir bekommen jetzt für die Teilnahme in der Gruppenphase für einen Sieg, bekommt man um die 50.000 für eine Remis 17.000. Sind das auch finanzielle Werte, wo Sie sagen, das ist dem Frauenfußball gegenüber fair und bringt dem Verein auch was oder deckt das die Kosten? Also das Doppel Coopio hat 100.000 Euro an Einnahmen gebracht von der UEFA und die jeweiligen Doppel in der Gruppenphase bringen 133.000. Also es ist schon ein Mehrwert, aber nicht der mit dem vordergründigen, die bekommen 400.000. Das bleibt leider nicht über. Jetzt wissen wir auch, dass die Champions League zwar ein nettes Projekt ist, aber der Liga-Alltag schon bereits Anfang November endet. Und dann wäre man theoretisch in der Winterpause schon drin und bis Ende Dezember, bis kurz vor Weihnachten, läuft dann die Champions League. Wie hat man da versucht, schon im Vorfeld die Weichen zu stellen, dass da der Trainingsalltag, die Intensität gesichert ist, um auch wirklich bis kurz vor Ende Weihnachten mithalten zu können? Also erstens einmal unterbricht gleich nach der letzten Runde in der Nationalen Meisterschaft wieder Nationalteameinberufungen. Und da passieren uns im Schnitt zwischen 10 und 15 Abwesende. So ist einmal grundsätzlich das schon sicherlich in den Köpfen. Und dann gibt es noch eine letzte Runde, also ein letztes Spiel im Cup. Und ich glaube, dann ist sogar das erste Spiel in der Champions League wieder. Und dann wird es halt ein bisschen kritisch. Dann ist drei Wochen Pause. Und die letzten zwei Dezember-Spiele sind halt am 16. und 22. Dezember. Und da können wir noch vielleicht für alle anderen auch Danke an Katar sagen. Auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein Kapitel, was wir noch kurz ansprechen werden. Eine sehr, sehr lange Herbstsaison auf jeden Fall für Ihre Damen, die zumindest innerhalb der Nationalen Liga wieder dominieren. In der bisherigen Saison noch ungeschlagen. Das Punkte-Maximum herausgeholt. Sind da auch schon Überlegungen angestellt worden, wie man den Liga-Betrieb anstellen wird. Weil eben die Champions League doch höhere Leistungen erfordert. Also wir haben in der Grundplanung der letzten Jahre immer von dem ausgegangen, dass wir nicht in der ersten Runde ausscheiden. Und schon dadurch auch einen ein bisschen breiteren Kader. Würde ganz gern, bevor wir in die Werbung gehen, noch einmal das zweite Spiel ansprechen. Gegen AS Roma zu Hause. Wir haben jetzt eben auch schon im Vorfeld gehört, dass AS Roma in der Pole Position um Platz 2 steht. Wie richtungsweisend ist denn dieses zweite Duellshow? Wenn man weiß, in Wolfsburg gibt es wahrscheinlich wenig zu holen. Also ich denke, wenn wir dort mit Punkten aussteigen, dann ist es sicherlich möglich, dass wir unterm Weihnachtsbaum ein Viertelfinale liegen haben. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was dieses Champions League-Abenteuer im Herbst für die SKN-Frauen mit sich bringt. Um nochmal das Ganze zusammenzufassen. Wolfsburg wartet als Hochkaräter in dieser Gruppe. AS Rom ist wahrscheinlich die zweitbeste Mannschaft, wenn man die Qualität betrachtet. Und mit Slavia Prag sollte man auf einer Wellenlänge sein. Auf nationaler Ebene wissen wir ganz genau, seit 2015 dominiert St. Pölten eigentlich über weite Strecken, hat sämtliche Meistertitel eingefahren. Und Sie haben auch schon das ein oder andere Mal gesagt, dass man vielleicht in Österreich umdenken muss, um die Qualität in der Breite auch zu stärken, damit sich der Frauenfußball weiterentwickeln kann. Einstiegsfrage, was hat Sie von 2015 bis jetzt verändert, vom ersten bis zum jetzigen Meistertitel? Also im Liga-Alltag sehr wenig. Es sind nach wie vor zehn Vereine, die um die Meisterschaft spielen. Das ist aus meiner persönlichen Sicht zu viel. Da wir in Österreich nach wie vor noch nicht aus einem Pool von 150 oder 200 Bundesliga-tauglichen erwachsenen Fußballspielerinnen schöpfen können. Ich sage immer das Erwachsen dazu, weil wir sehr wohl sehr viele gute Nachwuchsspielerinnen haben, die aber schon im erwachsenen Fußball jetzt eingesetzt werden. Wenn man die Durchschnittszahlen von manchen Vereinen sieht, die unter 20 Jahren sind, das ist super. Aber eben wenn man international weiterkommen mag oder soll oder sich weiterentwickeln muss, soll man grundsätzlich Erwachsene untereinander spielen. So wie es in unserem Verein ist, wo wir schon sehr wohl auch internationale Erfolge haben wollen, ist es schwierig mit 18, 17, 16-Jährigen, sage ich einmal, wirklich kontinuierlich qualitativ hochwertige Leistungen zu sagen. Aber die jungen Mädels sind einfach noch sehr, sehr schwankend in ihren Leistungen. Das ist so wie alles im Leben über einen längeren Zeitraum stabilisiert. Also, die Frauen, Sie sagen also, die Anzahl der Mannschaften in der Liga reduzieren, um die Qualität zu steigern. Aber wenn wir jetzt, glaube ich, zehn Mannschaften in der Liga hatten, das Ganze auf sechs reduzieren würde, dann bräuchte man wieder eine Hin- und Rückrunde und vielleicht noch eine zweite Hin- und Rückrunde, um die Spiele zu garantieren. Könnte dann auch vielleicht in einem langweiligen Projekt enden, weil man eh nur fünf bis sechs Mannschaften drinnen hat. Oder wäre es Ihnen trotzdem lieber aufgrund der sportlichen Perspektive? Ich sage, eine Vision von mir ist eine Mischung zwischen einer, ich nenne es jetzt K- und K-Liga, wo man grenzüberschreitend Spiele bestreiten kann und daneben oder hintereinander eine österreichische Liga mit Play-Off spielen. Dass man sagt, okay, man spielt 24 Spiele in Österreich und dann spielt man noch eine K- und K-Liga im Frühjahr, dass die ausgeschiedenen osteuropäischen bis mitteleuropäischen Länder von der Champions League, weil ich vermute, dass eher sehr wenige Länder im Frühjahr noch in der Champions League vertreten werden, sein. So glaube ich, dass das vielleicht aus dem Mix eine Vision ist, aber das, was vielleicht früher schon starten werden soll, ist eine Reduktion der Liga mit mehr Spielen. Also wir haben so wie im ersten Block gesagt, wir haben jetzt fünf Monate, also die meisten Vereine haben fünf Monate Pause und da kann normalerweise nicht eine Steigerung der Qualität heranzuziehen sein. Also eine viel zu lange Pause, die also den Frauenfußball da auch in gewisser Hinsicht negativ belastet. Wenn man jetzt das Nationalteam heranzieht, da merkt man zumindest, das Außenstehende hat ja den Frauenfußball vielleicht nur ein bisschen tangiert, aber doch irgendwo mitbekommt. Es geht auf jeden Fall was weiter im rot-weiß-roten Team. Ich glaube 2017 ist man bei der Weltmeisterschaft relativ weit gekommen und das war nicht unbedingt vorhersehbar. Jetzt zuletzt auch die Gruppenphase überstanden gegen Deutschland im Viertelfinale ausgeschieden. Welche Erfolgskurve sehen Sie da im positiven Sinne? Also für mich war überraschend, dass das Nationalteam so souverän eigentlich die Gruppe geschafft hat. Mit den Gegnern kann man sich leider auch da nicht aussuchen. Also das Deutschlandspiel war sicherlich nicht das Lieblingsspiel des österreichischen Nationalteams. Aber ich glaube sie haben sehr, sehr gut abgeschnitten und eine gute Performance. Sie haben eigentlich sogar gegen dann Europameister eins der Top-Spiele in der Euro abgeliefert. Jetzt wissen wir auch, natürlich die letzten Jahre haben nicht nur für österreichische Fußballspieler, sondern auch für Spielerinnen bedeutet, dass sie den Weg ins Ausland finden, sich bei diversen Top-Klubs auch dann richtig gut anpassen können, das Tempo mitnehmen, was natürlich dann förderlich ist, um Leistungen auf höchster Ebene zu zeigen, wie wichtig ist Ihnen auch das Thema, dass Spielerinnen vielleicht auch von St. Pölten den nächsten Schritt dann ins Ausland wagen? Ich glaube die letzten fünf oder sechs Jahre haben wir so 15 bis 17 Spielerinnen ins Ausland verloren. Aber, und jetzt kommt schon das große Aber, bei den meisten zu früh, also mit 18, 19 Jahren, glaube ich, ist das schon noch sehr schwierig, den Sprung von der österreichischen Liga meistens in die deutsche Liga zu schaffen. Wir haben auch mittlerweile schon Spielerinnen wieder zurück aus Deutschland. Also, du musst schon fast ein Ausnahmetalent sein, dass du sofort in Deutschland mit 18 Jahren Fuß fassen kannst. Wir haben jetzt aktuell zurückbekommen ein U19-National-Team-Spieler aus Deutschland zu uns, weil es einfach der Weg in Deutschland, in den Top-Vereinen schon sehr schwer ist und nur auf der Bank sitzen, glaube ich, kann nicht das Ziel einer Spielerinnen sein. Die Spielpraxis steht dann natürlich über allem. Um vielleicht den Tag nochmal abzurunden mit einem aktuellen Thema, was dann auch während der Champions-League-Zeit der Damen parallel läuft, ist die Fußball-Weltmeisterschaft, die natürlich höchst umstritten ist, weil sie jetzt im Winter stattfinden muss, wo sich zahlreiche Ligen natürlich auch anpassen müssen an diesen Spielplan. Wir wissen auch, wie viele Menschen ums Leben gekommen ist, wie viel Geld investiert wird, was vermutlich dann für einen Monat wirklich wertvoll ist, weil die Stadien dann wahrscheinlich verwahrlosen werden und keinen, wie soll ich sagen, Einsatz finden auf einer Ebene, wo es benötigt wird. Wie stehen Sie der Thematik gegenüber? Also ich bin kein Fan von dem Weg, wie die Stadien gestaltet wurden, mit welchen Mitteln, mit welchem Personal oder eigentlich, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, fast Sklaventum und mit der Respektlosigkeit gegenüber dem Menschen, der dort die Arbeit errichtet, die Stadien errichtet hat, die Infrastruktur. Und wie man mit den Menschen umgeht, ist nicht unbedingt meins. Und vielleicht, wenn man unseren Verein oder unsere aktuellen Leibchen ansieht, wir spielen mit der Regenbogen über eigentlich am populärsten Platz, einer Dress, sprich im Brustbereich, wo normalerweise der Brust, wo die Brustsponsoren haben wir heuer als Zeichen den Regenbogen gesetzt. Und auch in der Champions League wird der Regenbogen über die ganze Dress sichtbar sein. Am 20. November startet die Weltmeisterschaft mit dem Auftrag Katar gegen Ecuador. Was glauben Sie? Viele haben schon im Vorfeld gesagt, sie werden diese Weltmeisterschaft boykottieren, weil sie dem Ganzen natürlich sehr negativ gegenüberstehen. Wie wird denn so die weltweite Haltung sein, wenn man in die Glaskugel blickt? Glauben Sie wirklich, dass die TV-Zuschauer vielleicht ausbleiben, dass die schlechtesten Quoten seit 20 Jahren erzielt werden? Also ich kenne die Quoten von vorher nicht, aber ich denke, da haben sie wenigstens einen positiven Vorteil des Wetters, weil wenn ich grundsätzlich nicht traue, noch rausgehe im Novemberwetter oder im schlechten Winter vielleicht, dass die Zuschauer trotzdem da sind. Ich glaube, es ist alles in FreeTV. Also so denke ich, dass, sage ich mir, manche sich trotzdem anschauen werden oder wie viele es sind, aber ich glaube, dass die soziale Einstellung mit dem sportlichen Interesse bei vielen ein riesengroßer Konflikt sein wird. Abschließend würde ich noch ganz gerne ein Thema ansprechen, was jetzt auch in den letzten Jahren ordentlich zugenommen hat, nämlich die Spielergehälter, vor allem im männlichen Bereich. Dann immer wieder Frauen, die sagen, sie würden ganz gerne dasselbe bekommen für dieselbe Leistung, die sie natürlich auch erbringen, selbe Trainingsintensität, selben Alltag im Prinzip. Wir wissen ganz genau, an welchen Faktoren das teilweise dann auch scheitert, aber wo sehen Sie da die Entwicklung des Fußballs? Muss man da irgendwann mal einen Riegel fortsetzen, weil ein Spieler ist realistisch gesehen keine 200 Millionen Euro wert? Ich weiß nicht, ob er 200 Millionen Euro wirklich nicht wert ist, weil wenn ich höre, dass dann das erste Mal, wenn der Herr, keine Ahnung, Ronaldo, Neymar oder irgendwo kundgetan wird, dass der beim Verein XY spielt und dann mit Merchandising über 100 Millionen verkaufter Trikots, dann hat er sich eigentlich, wenn man es rein wirtschaftlich sieht, gerechnet. Das Zauberwort heißt, wenn ich mehr einnehme als ausgebe, dann bin ich wirtschaftlich erfolgreich. Das beginnt bei jeder Aktiengesellschaft so. Und wenn Fußballvereine so geführt werden können, dann okay. Wenn ich wie Barcelona alle drei Jahre mein Stadion verkaufen muss und dann zurückgeschenkt bekomme, dann nicht vielleicht so okay. Also man muss dann immer abwägen, in welcher Situation sich der jeweilige Verein befindet. Herr Schmaus, besten Dank für den Besuch. Alles Gute für das Champions-League-Abenteuer. Wir hoffen, dass die Frauen auch überwintern und vielleicht dann auch im Viertelfinale im Frühjahr zum Einsatz kommen. Dankeschön. Das war also ein exklusiver Einblick im Vorfeld des Champions-League-Abenteuers der SKN Frauen. Am 20. Oktober geht es los in Wolfsburg. Darauf folgend sechs Tage später das erste Heimspiel gegen die AS Roma. Man hat tatsächlich die realistische Chance, um auch im nächsten Jahr in der Königsklasse vertreten zu sein. Allerdings braucht es herausragende Leistungen, vor allem im Heimspiel gegen die Italienerinnen. Schönen Abend noch. Das war auch ein bisschen Geschenk. Das war auch ein bisschen Geschenk. Wir gehen. Wir gehen. Vielen Dank.